Ja, wir sind schon voll die Pussys geworden in Deutschland, oder? Finde ich voll komisch, weil wir waren mal tough. Wir haben einfach mal zwei Weltkriege gemacht. Ich finde es nicht gut, aber ich... Das ist furchtbar, aber ich will nur sagen, mit den Jungs konntest du noch was erleben. Früher waren Gespräche aufregend. Früher waren Gespräche so, Hans, was machen wir heute? Holger in Russland einmarschieren! Deutsche Männer heute... Digga, heutzutage stehen deutsche moderne Großstadtmänner mit ihrer FFP2-Ego-Prothese im Supermarkt. Ey, Schatz, wollen wir noch je 500 Gramm von der Tofu-Wurst mitnehmen fürs Klima? Was meinst du? Mädels, wer f***t diesen Typ?